Die sowjetischen Spielereien der sowjetischen Mannschaft, der GOS-Mannschaft, um es absolut richtig zu sagen, haben sich ausgezahlt. Tatjana, gut zu, die Europameisterin von Nantes in diesem Jahr wird auch Olympiasiegerin im Partial. Cristina Bontasch. Die rumänische Mannschaft darf jedenfalls auch eine Medaille feiern, die amerikanische auch. Damit sind wir ja wieder so weit, wie wir schon waren, nach dem Mannschaftswettbewerb. Das Kräfteverhältnis hat sich auch in dem Einzelwettkampf gezeigt, spiegelt sich da wieder. Tja, wie traurig war sie noch, Tatjana Gutsu. Ausgerechnet Svetlana Boginskaya spendete ihr da Trost, nahm sie fast mütterlich in die Arme, nachdem es zunächst schien, als würde Svetlana Boginskaya hier die große Favoritin sein. Aber dann hat man Tatjana Gutsu doch noch in die Mannschaft gehievt. Wie gesagt, eine Verletzung vorgetäuscht von Rosa Galieva. Das hat sich ausgezahlt, wenn man so will, für die Mannschaft, für den Trainer, für Tatjana Gutsu, aber nicht für Svetlana Boginskaya. Eine ganz einfache Rechnung, wenn Svetlana Boginskaya hier Vierte wird, kann man davon ausgehen, hätte sie eine Medaille gewonnen, wenn Rosa Galieva mit dem Spiel gewesen wäre. Das sind alles Hypothesen, das sind alles Wortspielereien, die jetzt auch nichts mehr bringen. Goldmedaille für Tatjana Gutsu, Silber für Shannon Müller, Bronze für Lavinia. Vilosovic, die damit mit 15 Jahren ihren größten Erfolg feiert, ein großer Tag.